Seid ihr bereit für die Challenge eures Lebens? Die Challenge, auf die ihr alle gewartet habt? Eine Challenge, bei der es darum geht, nicht zu erschrecken. Die Regeln sind einfach, nicht wegschauen, nicht die Augen zumachen und nicht in den Kommentaren verstecken. Wenn ihr irgendwas netter schreiben wollt, dann macht das jetzt, weil während dem Video dürft ihr nicht. Ihr müsst richtig so horizontal halten, Handy so, so. Und dann gucken, okay? Seid ihr bereit? Drei, zwei, eins. Leute, genau das bin ich. Wenn man sich irgendwie mit Leuten trifft und die anderen noch nicht fertig sind, dann sitzt man so im Bett und gerichtet, aufgetakelt, man wartet auf die Leute. Wisst ihr euch? Vielleicht wisst ihr euch mal. Okay, es ist Neujahr und jetzt chillt ihr ganz alleine rum. Das sieht ein bisschen aus wie so eine, so, es fühlt sich an, als wäre es eine Werbung. Als wäre es so eine, als würde gleich was Lustiges passieren, so. Ich kann es dir beschreiben, aber es wirkt nicht wie, ich kann mich vorstellen, dass es gruselig wird. Ich bin null drin gerade. Hoffentlich kommt das noch. Nicht einem, äh, schreien ist auch verboten. Also nicht schreien, schreien ist verboten. Nicht schreien. Ich bin auch, ich werde komplett still sein. Chillt im Hotelzimmer. Hi, this is Kim Smith in room 325. Sie will sich beschweren, dass da rumgeklopft wird. Sie erzählt, dass halt drüben jemand rumhämmert. Aber niemand ist dort eingecheckt, neben dem, neben mir. Bist du sicher? Bist du sicher? Bist du sicher? Bist du sicher, dass du die richtige Raum checkt hast? Ja, du bist der einzige auf dem dritten Floor. Sie ist die einzige in diesem Stockwerk. Dritten Stockwerk. Okay, da ist jemand definitiv am nächsten Floor. Kannst du jemanden einen checken, bitte? Ja, ich werde jetzt jemanden schreien. Oh, ha! Ist die Schissgratze? Minimal. 0,1%. Sie guckt jetzt im Flur nach. Hä, die sieht jetzt anders aus. Hatte sie nicht so ein Hütchen auf und so? Hatte die nicht was anderes an auch? Hä? Ich schreie gerade nicht. Sie geht jetzt einfach rein, oder was? In das andere Zimmer. Entspannt bis jetzt, Leute. Es ist entspannt bis jetzt. Und? Oh Gott, dieser Zoom ins Schwarze. Nichts. Ah, sie ist die Zimmer. Ah, sie ist die Zimmer. Das ist das Zimmer, wie ich hier nachgeguckt habe, ob hier jemand ist. Aber es ist keiner, sagt sie. Aber doch, hier ist jemand. Jetzt checke ich's. Ja, 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 ja. Ja, ja, oh mein Gott. Jetzt checke ich's. Ja, also ich hab, äh, also das Zimmer habe ich hier nachgeguckt und grad Bescheid gegeben, da ist niemand. Und dann ist der Schatten gekommen, hat die Dings und ihr wisst schon. Oh! Soll ich die Klappe halten? Nicht, nicht schreiben, nicht reden. Ich will, dass die Handy so halten, so. Wir haben das andere Zimmer gecheckt. Dort ist niemand. Kann ich dir anders noch helfen? Aber sie hat doch gerade ein Schrein gehört. Und warum chillt die da Silvester so alleine rum? Als ob! Wie aus Geisterhand. Glaubt ihr an Geister? Schreibt in die Kommentare, ob ihr an Geister glaubt. Geister glaubt. Vor allem an Geister. Wie aus Geisterhand. Scheibengleister. Gleisterhaft. I'm in the room next door. Can you please stop banging on the walls? Kannst du bitte aufhören, gegen Dings zu schlagen? Hand, Wand. Oh, Hand! Wie aus Geisterhand. Oh! Pst. Okay. Oh mein Gott! Nee. Nee. Weiter geht's. Okay, Freunde. Jetzt dürft ihr kurz Pause machen. Irgendwas in die Kommentare schreiben. Schreibt, ob ihr diesen ersten Clip gruselig fandet. Und jetzt schauen wir uns den zweiten an. Seid ihr bereit? Ist das nicht dieselbe wie vom vorhin? Ich glaub, das ist dieselbe. Schreibt in die Kommentare, worauf ich reagieren soll. Schreibt gute Sachen. Nein, das ist eine andere. So Horror-Kurzfilme. Weil ich hab Bock mehr Reactions zu machen auf jeden Fall. Generell. Gebt mir ein bisschen Empfehlungen. Leute, ich brauch Input. Wozu hab ich euch? Ihr habt nur einen Job. Meine Videos gucken. Liken, abonnieren. Glocken, die mir was schreiben. Quatsch. Ich hab euch doch lieb. Macht was ihr wollt. Machen wir mal auf. Hey, da kommen immer mehr Kleiderhaken. Diese Clips sind von... Hier ist die Spider. Könnt ihr sehen? Spider gehören die Clips. Spider. Check Spider ab. Eine süße Puppe. Denkt ihr, dass das gut ist? Zwei Puppen. Oh, alles was ihr da reintut, verdoppelt sich. Oh, ich würd da erstmal... Nur 1 Euro reinwerfen. David? Hey, oder was weiß ich? Mamikus. Stellt euch vor, so 20 Mamikus. Könnt ihr da rein gehen? Was? Oh, ich hab's da rein. Nein! Stellt euch vor, ihr hättet so einen Schrank und dann verdoppeln sich die Sachen da drin. Oder die Menschen. Er ist weg. Okay, das heißt vielleicht Menschen verschwinden und Gegenstände verdoppeln. Das heißt, sie kann damit Leute verschwinden. Das wäre auch interessant. Leute gehen weg. Wohin? Wo sind die dann eigentlich? Das hätte sie nicht machen dürfen. Klonen ist verboten. Ich glaub, es ist sogar in bestimmten Ländern, glaub ich, sogar erlaubt, dass man klonen darf. Darf man klonen? In Deutschland? Stellt euch vor, euch nochmal. Hättet ihr Bock auf so einen Zwilling, also euch nochmal, mit dem man abhängen kann und so? Hab ich mir manchmal schon vorgestellt, aber irgendwie auch nicht, oder? Ich weiß nicht. Irgendwinn? Okay, sie ist auf jeden Fall allein da drin. Okay, jetzt geht's los, der Clip geht jetzt los. Jetzt ist gruselig. Jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Ich hoffe. Spass. Spass. Hä? 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 Oh! Oh! David ist tot! Oh! Nein, nicht ansatzweise hab ich mich erschrocken. Habt ihr euch erschrocken? Nichts, war nicht so gruselig, Freunde. Schreibt jetzt in die Kommentare, wenn wir sowas nochmal machen sollen, dann will ich, dass ihr sofort so fest, ihr könnt mit eurem Ellenbogen, den Like-Button, so eine Slap ein bisschen. Und schreibt mir gerne jetzt in die Kommentare, worauf ihr als nächstes reagieren soll, denn ich hab Bock, meine Reactions zu machen. Wir sehen uns, Freunde. Passt auf euch auf. Ich küsse eure Nachtfüchse. Bis dann, ihr Nachtfüchse. Ich küsse euch. Ich küsse euch.